Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Um den leichten Drehmuhl des Gigaspielers loszuwerden, hat man den Mann während er Gigaspiel operiert. Der Arzt und sein Team wollten so herausfinden, wo man am besten die Elektroden in seinem Hirn platziert, damit sein Zittern, das ihn beim Gigaspiel immer gestört hat, aufhört. Leider aber hat er einen Hirnschaden davongetragen und spielt jetzt etwas schlechter. Diese Person hat eine Erdbeere erfunden, die immer schreit, wenn sie verschneiden. Aaaaaaah! 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 And I need to do this! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Daar! Aaaaaaah! Oh, blessure. Oh, my gosh. Help. No, she... Oh, she... Oh. my gosh. Oh, my... Harry, are you OK? Schau, ein Pferd mit Schnauz. Schau, zwei Pferde mit Schnauz. So, das war es wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und das muss man bald wieder sehen. Tschüss.